Das ist ein Feiertag, wie ihr mir gefällt. Gerade fahre ich hier durchs wunderschöne Tirol. Schaut mal. Jetzt geht's zurück nach München und dann treffe ich MUFF. Die kommt nämlich nach München und wir gehen heute Abend zusammen auf eine Veranstaltung. Juhu! So, ich habe wie angekündigt die Hannah getroffen und schaut mal, wie heiß die heute wieder aussieht. Was ist das? Ein Pimpfkapp. MUFF? Das ist heiß. Ich bin platonisch schockverliebt. So, wir gehen jetzt auf ein Event. Von und mit Ralf Siegel. Und die zwei da hinten machen nur Fotos. Nur Fotos die ganze Zeit. Glamour! Die Fernsehleute, nicht mal ein Schirm, der irgendwie funktioniert, können sie sich leisten. Ich gebe mich halt auch mit den kaputten Sachen zufrieden. Wie mich. Wir sind jetzt hier auf der Veranstaltung. Entschuldigung. Und Jana hat kein Licht. Ja, das ist besser so. Ohne Licht sehe ich besser aus. Glaub mir. Kann ich nicht zu sagen. Nicht nur... Es liegt so krass nach Knoblauch. Dieser junge Mann. Auch noch genau... Wie viele Color bis zum 10.000? 380! 380! Dann hat er 10! bachelor bis 9.000? Kann ich nicht davon liegen? Also, ich bin an tule durch suitcase. Może, ich bin ein Haarlander. Aber wir wollen wir nicht wie die Nachbund vor holen. Wir haben die Nachbund die Nacht und lebt her. Dann sind wir hier beim � letzten ihr Mal. curl ans Ruhe! Oh 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 oh, hey! Jetzt kommt sie! Jinkis Khan! Ich bin es! Ach du? Ich bin bei Jinkis Khan! J-Khan! Ich weiß, an was ich am Knappe bei gehe. Warte da! Seht ihr sie? Die Neunzigerstadt!